So kann jeder mit der Plattform Etsy Online Geld verdienen. Herzlich Willkommen zum Video und in diesem Video schauen wir uns mal die Plattform Etsy etwas genauer an. Wir schauen uns an, wie wir hier einen eigenen Online-Shop komplett kostenlos erstellen können und wie wir hier eben unsere eigenen Produkte online verkaufen können und das Ganze eben in einem eigenen Shop. Erstmal für alle, die Etsy noch nicht kennen, es ist eine Online-Verkaufsplattform, auf der man eben Produkte anbieten kann. So, wir haben hier eben verschiedene Kategorien, in denen wir eben Produkte verkaufen können, beispielsweise rund um den Schulanfang, Schmuck und Accessoires, Kleidung und Schuhe, Haus und Wohnen und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich für jeden sollte etwas dabei sein. Und wie starten wir jetzt hier auf Etsy mit einem eigenen Online-Shop durch? Und zwar meldet man sich hier einfach ganz normal erstmal an und dann sehen wir hier auch oben schon mit Liebe gemacht auf Etsy verkaufen. Dann können wir hier rauf gehen, jetzt einen Shop eröffnen, gehen wir einfach rauf und ja, dann kommen wir hier schon zu dieser Seite hier. Dann geht es erstmal los. Sprache des Shops, natürlich Deutsch, Shop-Einstellungen auf Deutschland bezogen. So, und dann wird es erstmal hier interessant und zwar, welche dieser Aussagen beschreibt dich am besten? Ich verkaufe Vollzeit, ich verkaufe Teilzeit, würde aber gerne Vollzeit verkaufen, ich verkaufe Teilzeit und finde das gut so oder auch andere. Warum ist das Ganze relevant? Natürlich erstmal als Information für die Plattform selbst. Hier steht es auch schon, dies ist nur eine Info für uns und hat keine Auswirkung auf die Eröffnung deines Shops. Wichtig dabei ist natürlich gerade beim Thema Gewerbe. Dazu habe ich natürlich zum Thema Gewerbe ein eigenes komplettes Video schon mal gemacht. Könnt ihr euch gerne nach diesem Video nochmal anschauen. Ich werde das Video in der Videobeschreibung verlinken. Ich kann grob erstmal dazu sagen, jeder der langfristig und dauerhaft mit Gewinnabsicht Geld verdienen möchte, der braucht in der Regel ein Gewerbe. Und ja, wenn man das Ganze eben nur zwischendurch ab und zu machen will, braucht man in der Regel kein Gewerbe. Allerdings, wenn ihr euch da nochmal genauer informieren wollt, gerne das andere Video anschauen. Ich mache das Ganze jetzt mal so, wie das die meisten von euch wahrscheinlich machen wollen. Und zwar, ich verkaufe erstmal in Teilzeit und finde das gut so. Dann gehen wir hier ganz einfach auf Speichern und Fortfahren. Dann geht es weiter, wir suchen uns einen Namen aus. Und zwar, ich mache jetzt einfach mal Beispiel Shop 752. Und ja, hier fehlt noch ein S. Und ja, dann geben wir hier einfach den Namen ein und prüfen die Verfügbarkeit. Der Shop ist verfügbar. Wenn ihr jetzt hier einen ganz gängigen Namen habt, zum Beispiel Klamotten Shop 24 oder so, dann wird der Shop wahrscheinlich nicht verfügbar sein, beziehungsweise der Name. Schaut da einfach, dass euer Name, den ihr haben wollt, verfügbar ist. Und wenn er eben verfügbar ist, dann könnt ihr einfach weitergehen, auf Verfügbarkeit prüfen. Hier ist er dann logischerweise verfügbar. Dann geht es hier weiter auf Speichern und Fortfahren. Dann könnt ihr hier schon euren Shop befüllen. Das heißt, ihr könnt hier einen Artikel reinstellen. Als Beispiel machen wir das Ganze einfach mal. Und zwar, ja, hier können wir erstmal ein Foto natürlich vom Artikel heraussuchen, beziehungsweise einfügen. Ich habe mal ein Beispielfoto vorbereitet. So, dann sind wir hier auch schon beim Punkt Fülle deinen Shop aus. Hier können wir dann eben Produkte zu unserem Shop hinzufügen. Das heißt, wir können hier einfach einen Artikel erstellen. Und ja, ich habe jetzt hier mal einen Artikel vorbereitet. Das heißt, wir müssen hier dann einfach Fotos vom Artikel hinzufügen. Ich habe hier einfach mal eine Hose vorbereitet. Das heißt, hier eine besondere Hose mit Perlen drauf, die eben hier einzigartig ist. Das heißt, so sieht das Ganze dann aus. Und nicht wundern, hier ist jetzt ein Ausrufezeichen. Das heißt, Artikel sehen mit Fotos von mindestens 2000 Pixeln Breite am besten aus. Ist jetzt bei mir hier nicht der Fall, aber es ist ja auch nur ein Beispielbild. Ihr solltet am besten mindestens Fotos mit 2000 Pixeln Breite verwenden. Ihr solltet die Fotos natürlich dann von mehreren Seiten gestalten. Das heißt, beziehungsweise ihr könntet noch von vorne fotografieren, von der Seite, von hinten mit Kulisse und so weiter und so fort. Also ihr solltet da wirklich den Artikel sehr gut darstellen, dass er eben ansprechend gestaltet ist. Ihr könnt natürlich auch noch ein passendes Video zu dem Artikel erstellen. Und dann geht es hier eben los. Hier könnt ihr zum Beispiel dann einen Titel geben, zum Beispiel Jeans mit Perlen. Ja, ist jetzt ein relativ simpler Titel hier. Ihr könnt euch da natürlich noch etwas Interessanteres einfallen lassen, wenn ihr hier ein einzigartiges Produkt habt. Wenn ihr zum Beispiel die Hose komplett selbst erstellt habt, beziehungsweise das Produkt entwickelt habt mit den Perlen und so weiter und so fort, könnt ihr hier schreiben, ich war es. Wenn es jemand anderes war, eben dann die anderen Optionen. Was ist es? Ja, es ist ein fertiges Produkt logischerweise. Wann hast du es hergestellt? Beispielsweise ja vor kurzem, letztes Jahr oder dieses Jahr. Dann schauen wir uns das Ganze eben an. Hier ist es eben eine Jeans. Das heißt hier, Kleidung für Frauen. Ich denke mal, ja, das wird eher für Frauen sein. Dann eben, ja, die Größe natürlich. Größe US-Darmgröße, numerisch. Wir werden hier natürlich die deutsche Darmgröße dementsprechend wählen. Das heißt, Größe werden wir hier eben wählen. Einfach mal 30. Und ja, dann geht es eben Hauptfarbe wählen. Ist hier bei uns natürlich blau. Sekundärfarbe ist natürlich weiß, weil wir eben weiße Perlen mit dabei haben. Ja, dann gehen wir hier in weiß ein. Dann geht es weiter. Stil Hosenbein und so weiter und so fort. Ja, können wir uns eben einfach das Passende raussuchen. Das heißt, hier könnt ihr dann auch Angaben machen zum Thema Kleidungsstil, Wäsche und so weiter und so fort. Ist aber alles optional. Ist kein Muss, könnt ihr hier noch angeben. Je mehr Angaben, ihr macht, desto besser ist es natürlich. Passform könnt ihr hier noch wählen und so weiter und so fort. Baggypants, Girlfriend, Jaggings, normal und so weiter und so fort. Ja, ich mache jetzt einfach mal bei der Passform normal. Dann geht es weiter. Hosenstützart wählen und so weiter und so fort. Hier Erneuerungsoption. Beschreibung, dann hier einfach Jeans mit Perlen. Als Beispiel natürlich solltet ihr in eurem Produkt das Ganze noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Wesentliche Merkmale ist auch optional. Und ja, dann müsst ihr hier noch weitere Texten zufügen. Als Beispiel machen wir das Ganze hier. Jeans, Perlen, Perlen, Jeans. Und ja, hier noch Materialien. Ist auch optional. Könnt ihr hier natürlich mit angeben. Dann den Preis. Ich mache jetzt hier einfach mal 49 Euro. Ist, denke ich mal, ein guter Preis. Preisstückzahl 1 und so weiter und so fort. Dann hier eben noch Variation. Aber ihr seht auch schon, alle Optionen mit Sternchen, beziehungsweise alle Angaben mit Sternchen sind Pflicht. Und alle anderen sind optional. Das heißt, wir schauen hier noch. Ne, wir haben hier nur noch die Versandoption. Das heißt hier natürlich Herkunftsland, Deutschland. Bearbeitungszeit, ja, drei bis fünf Werktage. Dann, ja, je nachdem, wie schnell ihr das Ganze eben verschicken könnt. Festkosten für Versand. Hier könnt ihr einfach euren Anbieter wählen. Als Beispiel einfach mal Hermes. Versandart natürlich normal national. Könnt ihr natürlich auch noch andere. Beziehungsweise hier haben wir hier nur bei Hermes die Versandart national. Was man berechnet, kostenloser Versand oder Festkosten. Ich mache jetzt einfach mal kostenloser Versand in diesem Beispiel und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es hier noch optionale Versandupgrades und so weiter und so fort. Hier Zollinformationen. Dann geben wir hier einfach mal das Ganze an. Hier gehen wir jetzt erstmal in die Vorschau rein. Und so würde das Ganze dann hier in unserem Shop dann aussehen. Sieht erstmal ganz gut aus. Natürlich ist dieses Produkt jetzt gerade nicht hier optimal präsentiert, weil nur ein gewisser Ausschnitt von der Jeans und nicht die gesamte Jeans zu sehen ist. Deswegen solltet ihr natürlich darauf achten, dass euer gesamtes Produkt gut zu sehen ist. Und ja, dann geht es hier eben weiter. Hier können dann die Leute einfach raufgehen, eine Nachricht an mich schreiben und eben Kontakt mit mir aufnehmen, um dann eben dieses Produkt zu kaufen. Wenn wir dann damit zufrieden sind, können wir einfach auf Speichern und Fortfahren gehen. Dann haben wir hier im Prinzip schon unser erstes Produkt im Shop erstellt. Dann geht es hier nochmal weiter. Wenn wir hier nochmal auf Speichern und Fortfahren gehen, können wir hier nochmal unsere Zahlungsmethoden auswählen. Hier beispielsweise eingetragenes Unternehmen, Einzelpersonen oder Einzelunternehmer und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann eh alles nach Belieben ausfüllen. Hier natürlich noch die Abrechnung einrichten. Dann hier nochmal, ich gehe nochmal zurück zum Shop. Hier könnt ihr natürlich noch mehrere Produkte anlegen. Entweder das gleiche Produkt nochmal kopieren, dass ihr schon mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch eine andere Hose anbietet, habt ihr schon mal für eine Hose schon mal eine gewisse Vorlage vorhanden. Das heißt, ihr könnt ihr noch zum Beispiel weitere Artikel erstellen oder das Ganze natürlich dementsprechend löschen, wenn ihr nicht mehr mit dem Produkt zufrieden seid und so weiter und so fort. Dann könnt ihr hier eigentlich alles einstellen und dann ist euer Shop online und ihr könnt mit Etsy Geld verdienen. Und ja, ich hoffe, diese Methode hat euch gefallen. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ich euch persönlich beim Thema online Geld verdienen unterstützen soll, gerne mit dem Link in der Beschreibung ein kostenloses Analysegespräch buchen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann direkt bzw. hören wir uns dann direkt beim nächsten Mal im Telefonat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Video. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank.